Natürlich. Natürlich! So, flöp! Why? I don't know. Gucken wir uns das doch mal an, hier. Hm. Sieht aus wie eine Flunder. Also wie eine sehr platte Flunder. Ich habe jetzt tatsächlich nur nach sehr kleinen Objekten gesucht. Da ist die Flunder. Achso. Ah, jetzt haben wir endlich was vor mit mir. Doch, ich möchte... Hä? Will er mich verkackeiern? Er will er mich offensichtlich. Ach, damit soll ich jetzt das Ding hier... Öffnen, mitnehmen, mitnehmen. Jetzt haben wir das... Ich fass... Ich krieg die Tür nicht zu. Aber mit dem Hammer kann ich jetzt auch definitiv die... Danke. Mr. Cadlock. Cadlock Homes. Okay, da fehlen noch welche. Kann ich die auch mitnehmen? Ich klaue einfach mal die Bretter. Wer weiß, wozu wir die noch brauchen. Wir bauen eine Leiter. Wir brauchen Nägel. Wir brauchen Nägel. Danke schön. Danke schön. Kleine... Honey... Bernie... Schnuffi... Butz. Ähm... Wo war das Ding jetzt nochmal? Äh, wo hatten wir hier doch noch immer irgendwas, was ich nicht aufgekriegt habe. Aber ich weiß nicht mehr wo. Hier? Ja. Natürlich. Da sind jetzt die Nägel drin. Glaubst du nicht, ne? Ja, aber wo gehen wir denn da jetzt auch hin? Dann... Er wird's ne Leiter. Stelle die Leiter auf eine hohe Stelle. Achso, der... Jetzt hilft aber noch ein Chameleienobjekt. Wie witzig. Ähm... Aber ich hoffe doch was, was viel Lärm macht. Damit hab ich definitiv nicht gerechnet. Ah! Was, 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 was? Was? Verbinde alle Sterne. Wähle dazu erst einen Stern und dann eine mögliche Verbindung aus. Die Anzahl der Verbindungen, die die Sterne haben muss, stimmt mit der Zahl seiner Punkte überein. Die Verbindungen dürfen sich nicht überschneiden und maximal zwei dürfen die gleiche Richtung haben. Aber das... Ähm, ich bin ein bisschen verstellt. Warum kann der... Aha, so. Okay. Okay, 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 okay. Okay, ich habe zumindest verstanden, wie es funktionieren sollte. So, und wo kommt jetzt der dritte her? Das geht hier gar nicht. Kann ich den nicht mit dem? Warum geht das nicht? Nein! Oh Gott, was mache ich denn? Okay, das wird aber definitiv noch... Das wird ein tolles Spiel. So. So. Warum geht denn diagonal nicht? Der hier zum Beispiel kann nur da hin. Wenn ich jetzt sage, ich nehme den. Dann bleibt dem aber nur noch der hier. Aber den dritten kriege ich ja nicht hin. Den kriege ich aber ja auf Däubel komm raus nicht hin. Der kann nur da hin oder da hin. Dann muss der da hin. Dann muss der da hin. Ja, der kriegt nicht genug und der kriegt... Also, aber der kriegt nie die richtigen... Oder bin ich dumm? Natürlich ist möglich. Er kann auch nur in zwei Richtungen. In die und in die. Wie kriegt der denn seinen dritten Punkt? Haben muss. Das ist ganz schön kompliziert. Okay, die können nur gerade. Also, die können keine Diagonalen. Aber dann kriege ich mit dem hier nie die nötigen hin. Das ist das letzte fucking Rätsel. Und ich scheitere einfach mit einem Verständnis auch daran. So. Möp. 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 Das kriege ich aber auch nicht genug hin. Der hat nur drei. Eins. Zwei. Drei. Verbinde alle Sterne. Es ist mir leid, Leute. Aber ich glaube, ich bin da zu blöd zu. Ich verstehe das System dahinter nicht. Ich verstehe das System wirklich nicht. Also, der. Den könnte ich dir aber schon nicht mehr mitgeben. So. Und der hat... Aber der hat dann keine anderen Möglichkeiten. Das kommt aber auch hier nicht hin. Es tut mir so leid. Ich will das eigentlich nicht. Aber ich verstehe... Ich verstehe es echt wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann... Und dann... Es war drei. Und er hat sich nur ein paar jungen Freunde zu machen. Und so... Das ist schön. Also mich wurmt das mit dem Ende jetzt echt ein bisschen, aber ich habe das Prinzip nicht verstanden. Ich war für das Prinzip einfach zu dumm. Es tut mir so leid. Ansonsten machte ich das Spiel wirklich sehr gerne. Aber dann sonst jetzt noch so einen Bonus enthalten. Okay. Okay. Minispiele. Okay, das sind alle. Ob ich da einige von gehasst habe, ne? Wieso ist das Letzte? Das Letzte habe ich gehasst für die Pest. Bonuskapitel hatte ich. Oha. Sieht das nicht süß aus? Ich habe sie alle. Cool, ich kann sogar den Zug losfahren lassen. Oder auch ne, Elko und nicht selber. Hoch. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Zurück. Oh Gott. Was habe ich getan? Ach, das sind die Wimmelbildspiele. Ah, okay. Was ist das? Ach, du liebes Bisschen. Hallo, das war ein Kahnstück. Ne, du bist ein Kahnstück. So, komm. Könnte ich dich noch drehen? Ne. Hä? Ach doch, kann ich doch. Kommst du mich da hinten hin? Nein, du kommst da hin. Eckstück. Aha. Ich bin auch irgendwo ein Eckstück. Ja, hier. Flöp. Flöp. Okay. Ich glaube, das kommt da unten irgendwo hin. Ich weiß nur nicht, wohin. Hey, jetzt kann ich hier noch puzzeln. Das finde ich süß. Ich meine, das ist ein sehr kleines Puzzle, aber ich mag Puzzeln. Ein Weihnachtsgeruch. Oh Gott, es gibt vier davon. Das sind die Puzzleteile, die wir eingesammelt haben, meine Lieben. Das sind die Puzzleteile, die wir gesammelt haben. Genau, das war Mutter Gans. Ich sehe sie schon. So, es macht mir dann wieder Spaß, ne? Ich puzzel die noch mal eben durch. Da habe ich jetzt Bock zu. Ich puzzel die noch mal eben schnell durch, ne? Und dann hängst du da. Die nächsten 375 Tage, ne? Kenn das doch. Kenn mich doch. Ich mach das mal eben schnell, ne? Dann häng ich da. Komm. Kein Stück vorwärts. Ob wir das wohl auch hätten spielen können, wenn wir die ganzen Puzzleteile nicht gefunden hätten? Wäre ja irgendwie doof gewesen, ne? Also ich meine, das hat ja schon so ein bisschen was damit zu tun. Oh, da funkeln schon die Sternchen. Sieht so schön aus. Ja, ich bin leicht zufriedenzustellen. Ich bin leicht zu beeindrucken. Das gebe ich durchaus zu. Nein, aber noch umgehörst du so. Nur erst mal unten. Die Katze, die Weihnachten rettete. Und komischerweise ist hier niemand mehr sauer, dass wegen ihr die ganzen Sterne überhaupt des Vermögens gefallen sind. Yay! Das hat... Geheimraum? Was passiert in diesem Spiel? Schaukelpferdchen? Jetzt muss ich hier noch Schaukelpferdchen sammeln? Oh Gott, und das auch noch auf... Auf Schnelligkeit? Ich hab keine Ahnung. Ich seh kein Schaukelpferdchen. Oh mein Gott. Was? Warum? Warum kann ich hier überall reingehen? Warum muss ich hier Schaukelpferdchen sammeln? Ich... Oh Gott. Das war jetzt definitiv nicht mehr geplant. Ich seh das blöde Ding auch nicht. Ähm... Damit hab ich jetzt definitiv nicht mehr gerechnet. Ich finde kein Schaukelpferdchen. Jetzt habt ihr das vielleicht schon gefunden. Wahrscheinlich ja. Nicht Engelhels. Also ich hab nicht erwartet, dass er tatsächlich noch... Da unten ist es mal ein Schaukelpferdchen, aber da komme ich nicht. Da kann ich nicht ranklicken. Okay, das war jetzt eins von vier. Oh Gott. Das heißt, hier stehen noch mehr rum, ja? Okay, hier müsste dann auch eins sein. Aha. Okay. Äh. Super. Ist ja eine ganz tolle Erfindung. Oh Gott. Wahrscheinlich gucke ich mich gerade auch einfach doof. Und dumm. Und beides auch mal. Der muss hier aber ja auch eins sein. Weiß der Geier ja wo. Das da? Sieht aus wie ein... Aber so reagiert er nicht drauf. Du heiliger. Das finde ich ja nie. Dann muss hier ja auch noch eins sein. Da kriegst du die Motten. Das finde ich nie. Nie! Never ever niemals. Nee, das war jetzt auch so nicht geplant. Ist schon mir sehr leid. Wir sehen uns morgen beim nächsten Spiel. Wir sehen uns. Bis dann. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.